Wie viel halten die von der Spreng-Munition aus? Nice one! Kleine! Hilft mir! Ja, ich komm ins Brombeken! Brombeken! Hab noch 30 Sekunden! Nicht so... Ja, dann nimm den C-Punkt und spawn da drüber! Ach, Futur, ich hab ihn, ich hab ihn, Futur! Oh nein, hinter mir ist einer mit einer Shotgun! Den hab ich aber auch noch weggeholt und dann kommt noch mal zwei! Alter, jetzt hab ich 200er geholt und dann kommen einfach noch mal 200er da! Ja, fricken! Jetzt kommen wir's in Sandy außen! Oh, jetzt kommt wieder von hinten einer! Mann! Die bringt Sandy! Geil, Leute! Vielleicht, der Punkt ist weg! Ach! Verkackt! Wo gehen wir hin? Haben wir jetzt Panzerkrieg auf der Straße starten bei Freya? Ja! Tank Wars! Markus Harassar! Na, ist es dann Tank Wars, wenn du den Harassar nimmst? Ja! Weil wir rapen Tanks! Ach so! Markus Harassar! Ja! Musst du doch sagen! Aber... Nein, hast du nicht! Natürlich! Ja, du leckst ja wieder hart! Wahrscheinlich! Deine Mutter leckt deine Mutter! Ja! Auch hart! Das leckt vielleicht deine Mutter! Das kann nur sein! Harte Dinger leckt deine Mutter! Hallo! Klopf, klopf! Wer ist da? Deine Mutter! Deine Mutter! Deine Mutter leckt hart! Aber dann klopft sie im Normalfall nicht! Der Mutter piekt beim Rückwärtslaufen! Heißt Walter und ist die Stärkste im Knast! Oh! Da kommt Mossi runter! Also ich wusste nicht! Ja ne, aber das war glaube ich der Sky Guard! Der sich selber noch mit dem Arsch gerettet hat! Da oben ist ein Geschützturm! Hier! Irgendwie! Ja! Hier! Direkt! Vor uns! Warte! Der hat überlebt! Warte! Der hat jetzt auch noch überlebt! So ein Lackarm! Wann hast du ihn nicht erschossen? Ich bin gegen den Geschützturm gefahren! Hier hast du ja gesagt, da steht einer! Ne! Also! Alter, hilf mir! Meine Base! Fahr doch nicht davor! Alter, wenn du jetzt explodiert! Ich lach dich so aus! Mein Panzer! Da! 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 Was ist wenn die laufen? Oh! Oh! Ja! Das war jetzt knapp! Bleib doch! Ich glaube jetzt nicht stehen! Hey! In der Under, der brennt vorallt! Natürlich! Jetzt überfahrt mich ein Idiot! Ach so! Was war eigentlich ein Sandra? Oh fuck! Und Lightning! Ja, äh... Da müssen uns Sky Guard! Da ist der Sandra gefährlicher! Er will so! Oh! Der ist am gefährlichsten! Okay! Wir machen den Abgang! Mein Panzer! Ich will meinen Panzer! Oh! Wo ist meiner? Ist doch meiner! Was hängt da jetzt an uns dran? Er will so! Da geht los! Wo steht denn mein Panzer? Wir machen fertig! Ja, der ist nicht da! Der ist schon... Der ist da geblieben! Ja! Verständlich! Er wusste, dass er keine Chance hat! Da ist ein Sandra! Noch ein Sandra! Und ein Max! Und tot! Let's go! Wahoo! So! Da vorne raucht irgendwas! Nicht unsere Leute! Oder vorne sind ganz viele Gluckzei! Oh, 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 oh! Leid! Beileid! Keine 90, nein! Was? sieben minus sieben stück der menschen ist ein ganzes abrede damit kaputt in der oder ist noch ein harry unglaublich oder ist noch ein was leid und tot erwischt nein 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 ich fahr den größten hoch und fallen wieder runter bei uns haben wir uns genommen das war uncool da ist noch was scheiße noch hat die kugel ist so langsam da kommt er zumindest an der links also hier vorne jetzt hat da lightning mit der schwachstelle es beschießt mich das an der seite bitte du bist echt aus der übung glaube ich ja ich bin ich hab auch schon ewig nicht mehr gespielt war noch nie in übung alter wie viel halten die unter sprengen munition aus nice one was kannst du uns ab ich war unten durch muss sie aber okay alter alter oh okay okay jawohl endlich einen alter wenn die das jetzt durchzieht alter alter die kann fliegen was kein der mit schluss doch jetzt doch ja ich habe keine marke jetzt soll ich mal weg hier sie finden sie langsam mich hallo sandi ich glaube ich jetzt aufgegeben ich muss hier weg und ganz schnell nicht schießen nicht schießen ich bin unbewaffnet nein 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 die guckt in die andere richtung jetzt halte ich wir haben uns mal irgendwelche fahrzeuge hier platz auf der kopf Harry. Wo? Wo? Direkt an dem Ding, wo ich gespawnt bin. Gut, wo ist das? Hier. Gut, wo ist das? What the fuck? Da, wo ich glaube ich auch gerade... Ne, das ist auch ein Feindlicher. Voila. Außen Texas. Noch mehr Panzer, ja, mitten drin stehe ich. Komm schon, spreng den Sandy, wenn du das jetzt packst, weiter. Ja, wenn wir das jetzt packen. Oh, er brennt. Wir haben einfach den gegnerischen Sanderer hinter den Gegnern in die Luft gejagt. Ja, wir haben A verloren, gell, Jungs, aber sowas von A verloren. Und wir haben sowas von denen ihre Spawnmöglichkeiten gerailt, ey. Ja, und die haben A, aber was sowas von? Und die haben mindestens 10 Light Endings da draußen stehen. Ja, aber die da draußen können euch egal sein. Was? Das war geiler Kill. Richtig geiler Kill. Nur gesehen, dass du gekillt hast. Richtig neues. Guck mal, bist du einmalig getarnt und dann bist du gleich angeschossen. Ich weiß nicht mehr, wo der sitzt. Okay, wollen wir mal versuchen, ein Foto zu unterstützen? Ja, das wäre sehr freundlich. Ich habe einfach keinen erwischt. What the... no... oh shit. Okay, es wird nix. Oh, bin tot. Ja, es war ja klar, dass wir jetzt hier verwecken. Kann ich mal was mit dem Sniper machen hier? No, jetzt bin ich auch so. Aber ich habe einfach keinen von denen erwischt, aber ich perfekt über die drüber geclitcht bin. So, Foto, jetzt holen wir mal den A-Punkt zurück, oder? Ich wäre mal froh, wenn ich mal einen Kill machen werde, ohne zu sterben. Also, ich habe immer noch eine 1,5 A-KD. Ja, ich habe immer noch 5 positiv. 5,7. 5,5. 5,5. Ich glaube, das wird nix mit dem A-Punkt holen. Na. Die versuchen es zu verteidigen, glaube ich. Ja, ein bisschen so leicht. Weißt du, wen ich schon lange nicht mehr gesehen habe? Nein, weiß ich nicht. Ähm, wir hießen, der eine, wo immer so Befehle gegeben hat. Lukov? Lukov. Doch, den habe ich gesehen, aber du nicht mehr spielst. Oh, du bist super, das Geschütz habe ich gekriegt. Das habe ich 10 Minus. Ja, wir verlieren auch an 2a wie Bearwecks. Wir können gleich Biolab-Kampf machen. Den haben wir auch verloren, da brauchen wir auch nix mehr machen. Ja. Wie wäre es mit der Wing? Überleg ich gerade. Lass da hingehen. Ich bin schon dort. Fuck, ich muss endlich mal Kills machen. Ja, wäre gut. Du, du zeigst dir immer so unsere schlechte Seite. Dabei sind wir eigentlich alle besser wie du. Ja, eben drum. Deswegen nimmst du nächstes Mal auf. Nee. Ist, glaube ich, nur einer. Und er rinnt einfach mit angeschalteten Schutzschild hier rum. Bist du behindert? Mach dein Schutzschild aus, schau es an, wenn er schießt. Er ist so umstritten. Meiner! Nein, meiner. Dein Schutzschild war einfach schon halb leer, bevor du angefangen hast zu kämpfen. Das war voll dämlich von dir. Das ist echt dumm von dir. Ja. Meins. Aha, meins. Wie töt' ich. Das wird mein Messer, das. Ja, mein Messer, das. Geht schneller. Mann, ich hedge halt auch nicht Teamkollegen eigentlich. Was? Teamkollegen headschatten? Ich werde mit dir das nicht schneller töten könnte als du möglich. Er hat gesagt, ich soll ein Teamkollegen headshotten. Hast du aber nicht. Guck, nicht auf stumme Ideen. Ich bin jeder also. Wow. Achso, jetzt haben wir's verteidigt. Das ist nur ein Spion. Nein, das ist doch schon sensort. Oh doch, da. Ah, da. Ich seh noch rennen. Er rennt grad unten hier ins Haus rein von mir. Den hol ich mir. Bderisch. Oh. Ah. Bderisch. Ja.